Mir hat es richtig Spaß gemacht, den Posen ein paar Runden zu drehen. Ich finde, der Kurs hat alles, was man so braucht, zum Spaß haben. Schnelle Passagen, zum Beispiel eine Endestation, das ist ähnlich wie ein Wien zu fahren. Ist dieser Stress? Mit den jungen Wien. Nichts mehr zu verlieren. Dann Kurvenkombinationen, ähnlich wie ein Mugello, also ein technisch anspruchsvoller Kurs, super Asphalt. Also macht richtig Spaß für mich. Soll die Sankt, zum Beispiel ein Wiener Schenke. Und noch auf Agen. Soll ich mir, dass die Sankt und das Lungen, die ich zurückbegevt habe, Soll ich mir, dass die Sankt und die Sankt und die Sankt und die Sankt und die Sankt, meine Sankt und die 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 Sankt. Das war's für heute. Das war's für heute.